hmmm warum nicht nutzen die tausend mehr viel schneller hier war ich drinnen Okay, dann war ich überall drin. Okay. Yay. Okay, dann. Zeit für ein neues Pokémon, habe ich gehört. So, gib mir das eine Pokémon, was ich haben will. Ja, Mann. Ich muss aber erst testen, ob sie richtige Fähigkeit hat. Das kann natürlich zwei haben. Das ist weiblich. Bäm. Hören wir mal bis. Wenn deine Eteidigung jetzt erhöht wird, dann bist du das Pokémon. Ja, Mann. Haha, wunderbar. Hahaha, nice. Hier kommt ein Premierball. Auf geht's, Mann. Du bist mein. Nein. Nein. Oh, scheiße. Ich glaube, ich muss einschläfern. Ähm, wir machen nochmal bis. Ja, das ist natürlich sehr effektiv. Ja, das ist natürlich sehr effektiv. Ein weiteres ist da. Wenn das jetzt scheinlich wäre, wäre es lustig. Ja. 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 Alles. Alles geile Wirkung. Das ist so super. Ähm. Die Fähigkeit hat halt. Diese Hilfe rufen. Ich wünsche mir, wir können das auch als Trainer unterdrücken, dass du das machst. Ja, Mann. Dass du nicht fangen kannst. Dass man das ganze Nouveau attacken kann. Das wäre super. Äh. Yay. So, damit du nicht gleich wieder Hilfe berufst. Wir brauchen noch einen coole Fair-Namen. Also, wir können es nicht wieder Wendy nennen. Wir brauchen einen anderen Namen. Vielleicht nennen wir es Sabrina einfach. Das ist auch ein Brudername. Da, Mann. Bum, 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 bum. Ich google mal Fair-Zeitschrift. Einfach mal. Schon mal nebenbei. Fair-Zeitschrift. Alle Fair-Systeme-Dakazine auf einen Hit. Auf eine Liste. Klingt gut. Wie heißen die denn? Horseman. Jetzt muss er nur Name sein. Warum ist die Wendy nicht dabei? Warte, ich google mal Mädchen-Zeit- Pferde-Zeitschriften. Mädchen. Hier, das sieht schon besser aus. Das sieht schon besser aus. Schon viel besser. Sabrina. Mehr Sabrina füllen sich auch für Sabrina. Ui. Aus Bibel und Tina. Genau. Da muss ich auch gerade dran denken. Dann ist es der Sabrina. Bäm. Sie ist auch noch so eine Zeitung. Ich habe sie gerade offen. Manche heißen einfach nur Fair-T. Auch super. Ich glaube, ich mache mal ganz kurz das Licht bei mir an. Ohne hoffentlich alles unterzuschmeißen. Schneid nämlich gerade wie verrückt draußen. Deswegen wird es ein bisschen dunkler. Ich bin lieben Gemschmann. Kann es sich nicht. Darin Ticker im Sohn hört es vor lauter Stress nicht mehr auf. Auf die Bewege des Drehals. Oh shit. Wir brauchen ganz viel Schlamm. Natürlich. Sabrina also. Ah ja. Ich habe ja irgendwie Dreck auf meinem Touch-Display. Das muss ich mal reinigen heute irgendwie. Yay. So, es ist natürlich dein Screen-Wert. Wir gehen erstmal, äh, ins Pokémon-Center vielleicht. Es hat natürlich einen Premiere-Ball gefangen. Ist natürlich auch noch wichtig. Da ist Pokémon-Center. da ist ein Pokémon-Center. Bam, 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 bam. Bam, da-dämm, bam, 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 bam. Pokémon. Sabrina. Das könnte eine Bohne attacken deswegen, haha, auch super. Äh, es wird vermutlich wieder alles carryen. Alles unter anderem die Liga carry it. Das ist einfach so der MVP, Mann. Naja, neutrales Wesen. Hey! Ich glaube, Sabrina, also Wendy hat ja auch nicht das krasseste Wesen, ja? Allein Fähigkeit als Fähigkeit ist der ultimative A. Ah! Es ist so der MVP, haha. Wir geben ihm mal noch ein krasses, können wir denen auch irgendwie was krasses beibringen? Schade. Wir machen es dafür einfach schneller. Flinkfeder! Und wir geben ihm mehr KP. So, das braucht noch ein krasses Item. Äh, das geben wir mal. Pikachu Farm, wenn ihr das Wesen, was sich speziell sehr verhebt und nicht speziell Angriff senkt. Das ist eigentlich ziemlich optimal. Aber ich denke, meine normalen Walkthroughs ist jetzt erstmal nicht so schlimm. Wir müssen doch vorher noch was wirklich machen. Wir müssen in der Poképause mit Sabrina spielen. Das war der falsche Button. Oh, süß! Okay, du. Okay, ich treche dich auch. Yeah, man. Es liebt mich einfach abartig. Wie krass ist das denn? Was ist das denn? Es liebt mich einfach so heftig. Es darf niemals aus dem Team genommen werden. Ich muss mir mal kurz Sabrina anschauen. Hey, Pamparos. Du wirst die übelste MVP. Du wirst alles, alles vernichten und tanken. Ja, Mann! Ja, Mann! Ja, Mann! Ja, Mann! Ja, Mann! Ich muss noch ein bisschen klicken. Ich habe noch Kekse. Bohnen. Tut mir leid. Und noch eins. Gamma, du bist der übelste OP-Typ. So, du bist der übelste OP-Typ. Ja, man. Ich will, dass es zumindest eine Stufe aufsteigt. Das ist wichtig. Ja, man. Das ist wichtig. Okay, das recht erst mal. So, ähm... Komm, den ersten Trainer machen wir gleich mit, äh, mit Sabrina. Sabrina. So, bam. Ein Pamparos will ich vernichten, ne? Oh, ausgerechnet jetzt ein Pflanzen-Pokémon. Ich fasse das selbe Level, das ist irgendwie traurig, ne? Ähm... ...bam, bam, 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 bam. Alter, übelster Schneesturm draußen. Bäm, bam, bamm, bam, bamm, 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 bamm. Ah! Oh je, jetzt muss man morgen wieder auf Arbeit. Schau, wenn der Schnee ist dann wieder weg. Zippa auch, ja man! Ja man! Bitte! Nicht nur, dass ich jetzt kein Trink mehr kriege, jetzt muss ich auch noch mein eigenes Geld drauf drücken. Das Leben ist hart, ne? Leben am Limit! Leben am Limit! Superball! Ich glaube man kann, die konnt ihr... Oh, habt ihr das gesehen? Ihr müsst jetzt mal oben auf die Ecke schauen, oben rechts. Man sieht die Maus nicht, ne? Ne, man sieht's nicht. Wenn mir hier auch geht, keiner kam grad... Oh, wie süß ist das denn? Mini-Pilz! Du! Ich lege mir Wäldebergen, geheime Orte, die man nicht altlet übersieht. Was? Achso, ja. Du kannst mich den Sammler nennen. Warum? Weil ich keine Pokémon sammle! Hahahaha! Wo kommt deinem Toast? Hör dich da raus! Bitte nehmt den Pikachu! Bitte nehmt den Pikachu! Mein Faxo! Egal! Gut genug! Ich glaube nicht, dass mein Faxo Sabrina irgendwas anhaben kann! Wasser von Dampfwald ist gut, ne? Easy, man! Sabrina carriert das Spiel jetzt! Ok, alle Attacken bis auf Dampfwald und Lebensstelle eventuell sind scheiße! Verteidigung, ok! Verteidigung, ok! Ehh, da wird 20 wunderbar! Kindwurm, ok! Du denkst noch, weil du ein Drache bist? Kommst du an Sabrina vorbei? Bam! Alles auf. Wo fragst du, wie viele Pikattels passen in einen Wohnwagen? 20? Kommt auf die Größe des Wohnwagens an. Ich denke, bist du schon viel weiter als ich? Ja, bist du wahrscheinlich schon. Ach, jetzt habe ich eine Sammlung wohl um eine Niederhergänz. Nein! Gut, Sabrina, du musst eines Tages wirst du übelste MVP werden und die Liga im Alleingang durchrocken. Alles klar, soweit? Das ist jetzt eng, so die Samfglocke. Wenn man gegen die ganzen Pikachus kämpfen kann. Ich bin dabei, wie kann ich das in einen Wohnwagen zu holen? What the fuck? Yay! Einen Belieber. Wir können ja mal einen Trank verwenden. Das ist voll ungewohnt, mal auf meinen 3DS unterzuschauen. Es sind über 50. What the fuck? Ich bin mal gespannt. Weil da außer meine Reise lassen sich meine App lassen sich meine App entscheiden. Für alles gibt es eine App. Um eine App zu finden, gibt es eine App. Als ob der T-T-T-Konnen Wir sind normalen Ratzfatz. Danke. Bäm! OP-Fähigkeit wirkt! Es ist so krass, Alter, es ist so, Sabrina, es ist so stark, Mann. Es ist so OP, es ist so OP. Ah, Sabrina, es ist so OP. Oh, es ist so OP. Es ist so OP, Mann. Krass, weil du mir mal eine App empfohlen hast. Irgendwie kann ich mit ihnen nicht ganz viel anfangen. Sabrina, du bist überkrass OP. Du bist OP. Du bist OP, Mann. Ich möchte gerne... Ich möchte gerne... Das tauschen, genau. So, kämpft mit mir. Selbst im Urlaub fühle ich mich völlig verdorren. Ich wünsche mir einen Freund, aber finde keinen. Okay. Einsam ist und einsam ist und einsam ist und einsam. Oder so. Urlaub, rennen, Melodie, voll schnell raus. Und... Motti! Immer nicht die Aluga-Form. Sabrina regelt das! Hat er erstens mit der Gestufe erreicht. Das ist so awesome! Mogelhieb, das bringt ja nichts. Denn meine Verteidigung will einfach immer mehr steigen. Kannst nichts tun, um Sabrina aufzuhalten! Außer eine Hydro-Pumpe oder sowas. Bam, 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 bam! Es wird natürlich schneller. Nein, ich bin nicht. ... Sabrina ist OP! Sabrina ist OP! Ich habe eigentlich gelogen. Ich habe immer gesagt, dass Proto Krauda mein Lieblingsboden-Pokémon ist. Aber ganz ehrlich, Pavaross ist viel besser. Papa, was ist OP, Mann? Letzten Kampf fühle ich mich völlig verloren. Ich solle einen Weg zum Sieg, aber finde keinen. Ich solle einen Weg zum Sieg. Untertitelung des ZDF, 2020